Moin und hallo zu dieser ganz besonderen Ausgabe vom Corona-Spezial Online-Orchester. In diesem Monat haben wir mit dem Stück Together Strong das erste Mal eine eigene Komposition für dieses Projekt in Angriff genommen. Und ich bin sehr, sehr stolz und glücklich, dass über 300 Musiker aus 22 Nationen mit dabei sind. Es freut mich sehr. Okay. Ja, in dem Stück geht es darum, dass wir als Musiker irgendwie ganz besonders betroffen sind von dieser Krise. Aber wir haben eben auch die Möglichkeit, mit der Musik Kraft zu schöpfen. Und es geht im Stück eben darum, dass wir versuchen, mit der Musik vielleicht ein bisschen besser durch die Krise zu kommen als viele andere. Die Musik macht uns stark und sie hilft uns, besondere Situationen wie diese gerade gut zu überstehen. Bleibt gesund. Stay safe. Together strong. We went through waves, storm and wind. We came from all directions. We always met our friends. We had some good relations. From one day to another, we had to stay at home. They say it's necessary to arrange our lives and you. This is our love. This is our action. Together we use the same. To create a powerful magic. Together strong. We stay at home. We stay at home. We keep the distance. We keep the distance. We keep the distance. Together we hold together strong. Amen. 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 Amen.